In diesem Video geht es um die Eingabe, Umformung und Lösung von Gleichungen in GeoGebra-CRS. Dabei gibt man zuerst die Gleichung in die Eingabezeile ein und drückt die Enter-Taste. Um eine arithmetische Umformung einer Gleichung vorzunehmen, gibt man diese in Klammern ein und direkt dahinter die Rechenoperation, die auf beiden Seiten durchgeführt werden soll, und drückt danach die Enter-Taste. In diesem Beispiel soll auf beiden Seiten die Zahl 2 subtrahiert werden. Es gibt zwei Werkzeuge, um eine Gleichung direkt zu lösen. Drückt man das Symbol x gleich nach der Eingabe der Gleichung, wird diese exakt gelöst. Drückt man das Symbol x ungefähr nach der Eingabe der Gleichung, wird sie numerisch gelöst.